Wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, ist das ein Beispiel oder meinst du das? Ich komme damit nicht klar, wenn du, Mario, wirklich sagst elf Blinde. Also elf Blinde sind das ja nicht. Aber man muss ja auch sagen, man weiß ja, was er damit meint. Also das ist halt natürlich seine Art und Weise, das auszudrücken. Aber ich denke mal, jeder weiß eigentlich, was er damit meint.